Hier haben wir einen Eichhörnchenaffen, ein bedrohter Bewohner des Regenwaldes. Wow, ist das nicht toll, Lenny? Böse! Böse Affe! Eric, was soll denn das? Ich such nach einem Weg, mich auszudrücken. Hart aber herzlich, wie bei meiner Mietz. Sie ist ganz böse, dann sag ich hier, du bist eine böse Mietz und brate eine über. Und hier haben wir ein dreizehiges Faultier. Böse! Böses dreizehiges Faultier! Eric, hör jetzt in Gottes Namen auf damit. Respektier meine Autorität!